Kabandhasana ist die Torso-Stellung, auch Bauch-Stellung. Kabandha ist die Bezeichnung für den Torso, für den Bauch und wie auch den Rumpf. Kabandha ist auch die Bezeichnung von einigen Himmelswesen. Was Kabandhasana tatsächlich ist, ist nicht ganz klar. Die Kabandhasana wird in einigen klassischen traditionellen Hatha-Yoga-Schriften beschrieben, unter anderem in der Hatha-Ratna-Vali, aber es wird nicht genau gesagt, wie sie ausgeführt wird. Von der Tradition her ist Kabandhasana auch die Bezeichnung für verschiedene Bauchdrehungen. Und Judith zeigt zwei davon. Ausgangsposition ist der Langsitz. Im Langsitz hebe die Beine etwas hoch, so 30 Grad oberhalb vom Boden, und gib dann beide Hände nach links, sodass eine Drehung im Rumpf ist. Halte das ein paar Atemzüge, danach kannst du es auf die andere Seite üben. Dann kann Kabandhasana auch die Bezeichnung sein für das Drehkrokodil. Dafür lege dich auf den Rücken, beuge die Knie und gib beide Knie nach links, und dabei die linke Hand auf das rechte Knie. Zieh das Knie natürlich genügend nach oben, dass die Hand gut aufs Knie kam und drehe den Kopf nach rechts. So ist der Rumpf gut gedreht. Auch andere Übungen können als Kabandhasana bezeichnet werden, wie auch manchmal die Stellung, wo du im Hocken die Füße aufstellst und den Kopf auf die Knie gibst und die Unterarme hinter dem Rücken faltest. Du sitzt also auf dem Boden, hast die Knie aufgestellt, Stirn auf den Knien und die Arme verschränkt. Und so sind die Arme und Beine kaum sichtbar, der Kopf auch nicht. Und so machst du den Eindruck nur eines Torsos. Da sind einige Variationen, die als Kabandhasana bezeichnet werden. Was der ursprüngliche Hatha-Yoga-Text darunter verstanden hat, wissen wir heute leider nicht.